Unleash the beast Ich will einen PC haben, den stehe ich mir hier hin Dann mache ich den mal alle drei Monate einmal auf Halt da mal kurz einen Staubsauger und eine Zahnbürste rein Mache ich nicht, mach die Frau Genau, Entschuldigung Darf aber echt nichts falsches sagen, wenn die neben mir sitzt Aber ich bin unten drin, ne? Ja, weil sonst dürfte die, glaube ich, keiner sein Ich kann mir noch gar nicht einordnen, ob ich hier Steps höre oder ob meine eigenen sind Ich bin hier oben, ich bin über dir Ja, über mir wollte ich gerade sagen Nicht dir rüber auf die andere Seite Ich habe einen Red Dot und eine M16 So, ich bin drüben auf der anderen Seite Sonst kannst du mich eigentlich nicht mehr hören Doch, ich höre dich auch So, Crossbow, Start Ich weiß nicht, aber wirklich, ne? Ich weiß nicht, ne? Ich muss mal gucken, ob wir da draus kriegen Irgendwie Oder mal bei Case King oder was mal ankommen Und mal gucken, ob die vielleicht ein defekt ist Weil irgendwie, jetzt hör ich da drauf schon auch mal Da kann mittlerweile nicht mehr mal in Roligen Weil da höre ich sonst nicht Ach so genau, was ich zum PC sagen wollte Ne, also ich bin da wirklich ein Freund von Und ich kaufe mir einmal so eine Kiste Und dann, äh, muss er jahrelang gut sein Kommt zu uns? Oder? Ne, doch nicht Ich fahr'n unten, äh, an unseren Standartbäuser Ich fahr'n unten, äh, an unseren Standartbäuser Ich fahr'n unten schieb'n Äh, Container? Noch ein bisschen Stress machen? Wolltest du wirklich, Alter? Ich frag' dich Und sonst gehen wir's Äh, lass mal, Zone läuft schon Lass mal, Lass mal Zone gehen Naja, lass mal, lass mal, lass mal gehen Lass mal gehen Lass mal gehen Lass mal gehen, Junge Lass lass Äh, hast ein Kommentar auf deinem Dark Souls Video Okay, kann dich jetzt gar nicht nachschauen Allgegen, ich hab'n nichts Aber wenn's wieder nur Erster war Lass dir mal langsam was Neues einfallen, doch Hehehe Weil das Spiel spielt ja keiner mit, ne? Wenn da keiner mitspielt, geht das irgendwann gar nicht, oder? Meinst du nicht? Du brauchst einen, ganzen, eigentlich nur mal so Luxusartikel brauch'n Ja Hier ist noch, hast du ja erst den Hilfenkoffert? Nein, hab ich nicht Ja, hier ist noch einer Holst du den? Ja, sonst muss ich auch zurückgehören Ja, warte, hier, hier, hier Warte Ja Bäh Ne Ja Ja, hattest du Okay, ne? Was denn? Alter Krüppel eben, keine Ahnung Hinter uns, hinter uns Aber die treffen mich Alter Ja, in dem gelben Haus Und an der Garage Nein Einen hab ich genockt, einen hab ich genockt Ach, du bist auch genockt Ja Der schießt auf mich Beide tot, beide tot, beide tot Easy, Junge Boah, sind die Schüsse laut, Alter Leck mich an und sag, ey Da wirst du voll taub von, Alter Ohne Witz Boah, ist das laut Ich bin ziemlich tot, dann geh mit mir die Neuptomapel Dann musst du dich erstmal heilen, mein Freund Ja Brennen erstmal in die Zone und heil dich Ja Nein, ich lass halten hier Geht nicht, Junge In der Zeit, bis der Medic durch ist, bist du tot Die hätten auf jeden Fall Neubrine Muni Ich glaub der eine hat nen Dreierhelm, aber ich hab den glaube ich zerschossen Oh Moin, ne Sanitasche Hier sind nochmal vier Verbände, äh, vier Schmerzlings Jawohl, ich bin eigentlich schon wieder voll Eine Falle, der hat nur Brine Muni Kann zu haben, brauche ich Ja, ich hab mehr Platz mehr Oder die Wege Ich hab auch nicht mehr Ich hab auch nicht viel Platz mehr Hab ich den anderen abgeknallt, aber guck mal hier schon an der Hausseite Compensator nehme ich, dann nehme ich Dann nehme ich Wir heizen den Buggy lang Keil Wow, leck am Arsch, die muss kaffeln Der überschlägt sich, der Buggy Eingelockt Gelockt, jetzt fertig Tod Wuuuuh Bevor der dich umbauten konnte, alter mich den abgeknallt, man Holy shit war der Klaus, ey Alter Das war jetzt close mit meinem Leben Der dunkel ist nur Immer wenn ich auf so'n Feld sitze Denke ich von wegen Dann alle die Busch-Taktik machen Ich hab jetzt gar nichts gehört wie dem Flugzeug Die Zone ist genau auf anderen Seite Die Zone ist genau auf anderen Seite Ich könnte den sehen Ich könnte drauf scopen Aber die Zone ist genau entgegengesetzt von dem Von dem Drop Oder, ne, doch nicht Hier ist der Drop ungefähr Ich guck grad mal nach da hinten Aber nach da hinten ist scheiße Dann wird erstens rumgeballert Könnt auch mal Ah, ne, lol hat gar keine Runde Ne, lol hat, lol ist quasi ein Handyspiel, alter Roll kannst du auf den Taschenrechner spielen Da kommen zwei Leute aus der Halle raus Die wollen zum Drop Ja, ich seh nichts Ich hab hier Busch-Buschwerk vor mir Ah, ja, jetzt seh ich so Lass noch ein bisschen chillen Ne, lass noch ein bisschen chillen Weiß nicht, ich finde die Distanz ein bisschen zu groß Was sagen wir mal auf dem vorderen Ja Warte Eins, zwei Warte, warte, warte Ich bin ready Ich hab' den anderen nicht mehr gesehen, ne? Wo ist der hin? Ja, der steht jetzt am Baum Ja, und der andere? Der andere läuft jetzt genau zu ihm Wir gehen weg Ah, Zone, 19 Sekunden, renn, 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 renn die Zone Fuck, jetzt sind die genauen Ren, 19 Sekunden, wir sind immer an der Zone Ja, trof, 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 trof Der eine gemachte, mach' trof Let's go, renn Da oben im Busch sind noch mehr Ja, und da oben sind aber noch welche, die haben auf den geschossen Die anderen haben, ne? Wir müssen in die Zone, wir müssen in die Zone Ich bin ja dabei Links von uns ist ganz hinten nur ein Auto Ich bin genau so schnell wie die Zone Ja, Mann, dann hat er Da hast du mich jetzt sehr an den Weg Ich hab' mich anders gesehen Ich hab' mich nicht anders gesehen Ach, bis jetzt Na, bis jetzt Aber das sollte ich schaffen, ich schaffe, oder? Okay, ich hab' einen gesehen Ich sehe zwei Einer ist vor uns in den Häusern Ja Der ist an der rechten Häuserseite Reingelaufen Hinterm Holz Äh, hinterm nichts Hinterm Haus verschwunden Weißt du nicht, ob der mich auch gesehen hat Der ist jetzt in dem Haus mit der Garage unten drin Zwei Stück Der eine hat einen Buschhudi Den kann ich geben, ja, den kann ich geben Der hat sich hingelegt Fuck, zwei Schüsse in den Schädel und der ist nicht tot Ähm, lass mal ganz flott hier weg Ja, ich sehe so Der eine ist drauf im Haus drin Die sind beide im Haus Das sind zwei Ne, doch nicht, der eine ist raus Ja, hab' ich gesehen, hab' ich gesehen, hab' ich gesehen Chill, chill Und auf die andere Seite Ja, die sind hinten raus, die sind hinten raus Die sind hinten raus Die sind hinten raus Let's go, lass hinterher Bei dem müssen wir auch aufpassen, Alter Der hat ne Dings Einfach, wir müssen quasi zu dem Lass hier hinter den Berg gehen Ah, okay, okay Pass auf, die laufen, die laufen Open field Open field Ich schieße auf dem Buschhudi Ausgelockt der Buschhudi Der Buschmann ist ausgelockt Tod, der Buschmann ist tot Der andere müsste jetzt hinter dem Stein oder Baum sein Ich hab' sieben Kills, Alter Was ist hier los, Mann? Der auch nicht Aber pass auf, der kann auch weiter hier rumgelaufen sein Zu den nächsten Häusern Ah, fuck, Zone, 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 Zone Ich glaub' der hat sich wieder an die Häuser gestellt Ne, 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 der war vor dem Buschmann Der müsste hier irgendwo Open field oder an den Büschen sein Ich hab' keine Ahnung wo Ich hab' keine Ahnung wo Ich seh' ihn auch nicht Aber ich glaub' der auf dem Bude jetzt geschossen Muss mich eben hochpielen Ich glaub' der sitzt unter dem Baum Ja, kann sein, ich will die Buschhudi haben Guck mal, ich mach' nochmal Vogel hier Ich hab' eine M24 gehabt Äh, wir müssen in die Zone Let's go, wir müssen hier hinten rum Ah, hier ist der Tod, okay Warte C ein Vor uns, vor uns Open field Weil der bewegt sich zu viel Jetzt hat er euch stillgehalten Ah, fuck Ja, warte, warte, warte Nein Ja, tot, 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 tot Acht, acht Kills, acht Kills Wir sind in die Zone Der hat eine Karte gehabt, wenn du die haben willst Let's go Ach, jetzt krieg' ich wieder Herzrasen, Alter Fünf Leute noch Einer ist vor uns am Stein, vor uns am Stein Tot Neun Kills, Alter What the fuck? Hier Leute noch Jetzt kommt der Schweiß dazu Sie kriegen nicht wieder Lähmungserscheinung, oder Ted? Keine Sorge, ich hab' Tabletten genommen Und ich glaube, wenn ich mich konzentriere, dann schaff' ich's auch keinen spontanen Schweißausbruch zu kriegen, wenn sie anfängt zu reden Ted, können wir anfangen? Von mir aus kann's losgehen Zunächst mal möchte ich feststellen, dass ihre Forderungen Jetzt wird das ein bisschen haarig Zone, ein bisschen in die Zone Rechts von uns einer mit dem Schalldämpfer Tankstelle oder noch weiter weg? Nein, Tankstelle Im Tankstellenhäuschen, denke ich Ach, fuck it Sag doch, was an die Zone ruft Hab' ich doch Ja, am Tankstellenhäuschen Hinterm Auto Du bist tot? Ja Ja Dein Ernst, fuck Und mich wird geschossen, ich weiß nicht von mir War das der von der Tankstelle? Ne, der Schuss, der ging bei dir hinten rein Von mir aus Der ging in den Oberschenkel Einen seh' ich da hinten noch im Auto Ist der aber, ne doch nicht da Da Der pusht mich Da, links Naja Gut Ja, du Das war jetzt so klar Ja, ja Mann, wieder der ewige Zweite Ich hasse mein Leben, Alter Hauptsache, Errungenschaft, freigeschaltes Pazifist Pazifist? Ja, weil ich keinen aufgeschossen hab Ich hab' neun Kills, Alter Ich hab' nen fucking Kill-Record hingekriegt, Alter Neun Kills, Mann Alter, sind die Kills geflogen Holy shit Aber der Schweiß und das Herzklopfen, das darf nicht sein, Alter Das versaut mir immer alles, Mann Das war's ja, ich hab' neun Kills von Ich hab' neun Kills von